Hansjörg Butt gilt als einer der besten Elfmeterschützen in der Geschichte der Bundesliga. Um vom Elfmeterpunkt aus zu treffen, braucht man nicht nur Nerven aus Stahl, sondern einige mehr Eigenschaften. Welche das sind, hat uns der ehemalige Bayernkeeper verraten. Arrrr, komm Hansjörg, komm, zeig was du kannst. Beim Elfmeter muss man alles ausblenden und sich auf die Ausführung konzentrieren. Es ist also ganz wichtig, dass man sich als Schütze extrem fokussieren kann. Ein Schütze darf sich nicht damit beschäftigen, was der Torwart gegenüber denkt. Es hing allerdings schon damit zusammen, dass ich wusste, wie ein Torwart reagiert. Ein weiteres Geheimnis ist die Reaktion des Torwarts. Abzuwarten. Ausserdem weiß man als Torwart, dass ein einigermassen platziert geschossener Ball aus Elfmeter nicht mehr zu erreichen ist. Dazu ist die Reaktionszeit zu kurz. Butt hat in seiner gesamten Karriere 37 Tore erzielt. Unter anderem für Bayern München, Hamburger SV und Bayern Leverkusen. Untertitelung des ZDF, 2020